Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Minigames zusammen mit dem einzigartigen Debit. Yay! Yay, oh, der Free Sixty, ey, krass. Leute, wir befinden uns in Paradise Palms und heute spielen wir eine epische Runde Bedwars. Regeln sind wie folgt im Speeddurchlauf. Ihr seht da hinten, der ganze ist ja schon mal ein Bett, ne? Da hinten und da ist auch ein Bett und da ist auch ein Bett. Und wir müssen jetzt uns ein Bett aussuchen, die Wahl steht dir frei, Beats. Das heißt, du kannst irgendwo hinlaufen und dir ein Bett aussuchen. Dann müssen wir dort eine epische Festung bauen, die das Bett beschützt. Und dann geht das Battle los. Ja, man kann sich ausrüsten, wir können gegeneinander fighten. Und wenn man stirbt, respawnt man aber nur so lange, wie das Bett noch steht. Wird das Bett abgebaut, respawnt man nicht mehr, wird man dann gekillt, hat man verloren. Ganz normal, Leute, wie man es aus Minecraft kennt. Yo, was? Darf ich auch auf einer Couch schlafen? Nein, es muss ein Bett sein. Ich habe 200 Impulsgranaten gefunden. Achso, aus dem Blumenkrop, ne? Ja, aber das bringt mir ja nichts. Was soll ich denn damit? Darf ich Sachen eigentlich schon einsammeln und so? Ja, ja, klar, ich habe auch schon. Achso, okay. Nimm das! Ich muss mir ein anderes Bett aussuchen. Ach, du hast dein eigenes Bett abgebaut. Ich wollte, ich wollte, naja, nicht abgebaut, ich wollte ja so eine Treppe rüber machen, dachte so, okay, frisch. Und dann ist es der Servier einfach weg. Wollen wir direkt das Bett hier nehmen? Ich suche mal noch ein bisschen. Okay, man muss wirklich aufpassen, wie man sein Bett zubaut, ne? Weil du kannst, also du kannst keine Treppe rüber bauen, dann ist es sofort weg. Das ist das Doore. Ich rüste mich erstmal aus. Ja, das Problem ist, diese Chak Chaks brauchen wir nicht, weil wir spawnen ja mit 100 Schild. Das heißt, die sind relativ unnötig. Wir brauchen eigentlich nur Waffen. Okay, wir brauchen, wir behalten ja unser Zeug. Also ich muss eigentlich nur einmal geile Ausrüstung finden, Leute. Eine gute, nein, eine Shotgun habe ich schon. Jetzt vielleicht noch eine gute, aber ich habe eigentlich schon ganz gutes Zeug. Ja, Schild brauchen wir nicht. Kiste, ich höre hier eine Kiste, Leute. Komm, eine He... Oh, hier ist ein Bett. Ich versuche mal zu sichten, wo du bist. Ja gut, du hast das... Oh, jawoll, Leute, jawoll. Schallgedämpfte, goldene Ska. Beste Waffe überhaupt. Also zumindest finde ich das sehr schön. Okay, jetzt können wir uns eigentlich an das Bauen unserer Base machen. Aber ich habe da hinten noch was Cooles gesehen. Das schnappen wir uns... Oh, das ist auch praktisch. Okay, ich bin eigentlich jetzt schon gut ausgerüstet. Wir nehmen direkt das Bett hier. Das heißt, wir brauchen erstmal Metall, damit wir auch sicher unser Bett einbauen können. So. Und... Oh, wir brauchen auch... Ich möchte das eigentlich jetzt nicht aussprechen, aber fallen. Aber ich habe noch gar keine... Jo... 700 Metall, 600, 700 sollte reichen. Okay, das Bett hier gehört uns. Das heißt, wir machen jetzt... So. Und so. Okay, jetzt komme ich ja gar nicht mehr raus. So. Zack. Okay. Ähm, jetzt... Ich gehe ins Hotel, dann weiß ich nicht, welches Bett ich habe. Hey! Na, und dann baue ich das Hotel einfach von unten komplett ab. Oh. Ja. Äh, das dauert aber ein bisschen, hoffe ich. Oh, nee, so lange dauert das nicht, oder? Unten ist das nicht so viel. So. Also, du erkennst mein Bett auf jeden Fall anhand der fetten Metall-Base, die ich da rumgebaut habe. Hey! Geht's direkt los, oder wie? Geht's direkt los, oder wie? Das meinst du, oder was? Doch, ich habe ja, ich habe ja die Granaten. Ha! Alles gut, Leute. So. So, hier. So, hier. Jetzt noch hier eine Sicherheitslücke. Ja, hier auf jeden Fall. Oh, hier kann man einfach reinlaufen. Nee, das soll natürlich nicht so sein. Hier ist ja noch ein Bett. Nee, das ist aber nicht unser Bett. Das ist ja egal. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch alles sicher bauen. So. Ich würde sagen, das passt jetzt schon so. Also, wenn du hier einfach reinkommst, würde mich das auf jeden Fall wundern. Ja, das scheint mir recht sicher zu sein. Aber wir brauchen mal noch ein paar Fallen, Leute. Damit das ja auch ein bisschen kritisch wird, für ihn da reinzukommen. Wir, hier sind doch immer ein Haufen Kisten, weil die muss doch irgendwo... Oh, so ein Loot-Drop, wo dann so, keine Ahnung, 100 Fallen drin sind. Das ist ja krass. Oh, kann man dich also triggern oder was? Wenn man dich jetzt ein bisschen abschießt oder was? Oh, jawoll. Heavy Shotgun. Jetzt brauche ich eigentlich... Hab ich schon. Ach, hast du schon. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine geile MP. Dann habe ich alles, was mein Herz begehrt. Es wäre mega cool, wenn sie so ein neues Material hinzufügen würden. Irgendwie so, weiß ich nicht, so von dem Cube. Weißt du so richtig? Diamant oder so. So richtig OP. Hier ist irgendwas zugebaut. Ach hier, das war dein Fail-Bett. Ich sehe es. Oh, hier ist was Goldenes. Was liegt denn da? Schauen wir direkt mal nach. Ach, ich kann es bei allen noch nicht. Das Springe. Das sieht... Oh, Leute. Okay, warte. Wir machen mal kurz was. So. Wir müssen ja ganz kurz zu unserer Base zurücklaufen. Aber wir haben nach wie vor... Na gut, ich könnte dich natürlich jetzt auch verarschen. Aber wir haben keine Falle, Leute. Gar keine. Sieht schlecht aus. Irgendwie ein bisschen selten geworden. Aber dafür haben wir hier das cool. Ich würde sagen, das platzieren wir. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unser Bett damit weghauen. Aber wenn wir das da oben drauf platzieren, sollte eigentlich alles easy sein. So. Und jetzt einfach... So. Hier so drauf, Leute. Also, wartet mal. So. Jetzt einfach... Oh, ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Go! Ich habe was kaputt gemacht, aber ich hoffe nicht mein Bett. Ne, ich glaube, alles gut, Leute. Aber habe ich ja jetzt schon gewonnen. Wenn ich das nächste Mal tötse, zumindest. Ja, das stimmt. Aber ich komme gar nicht mehr in meine eigene Base rein. Wo geht es denn hier rein? Wo versteckst du... Du hast ja auch eine wilde Basis da gebaut. Ja. Wo versteckst du... Ah. Oh Mann, hör nicht. Wieso habe ich meine Sniper weggeschmissen? Ich sehe, dass du dieses Lama holen willst. Nein. Hallo, lass mich mein Lama holen. Oh Mann. Okay, Leute. Let's go. Zack. Hui. Habe ich Rückzug gesagt? Ich meinte direkt wieder Angriff. Wo bist du? Oh mein Gott. Oh. Ich hatte die falsche Waffe. Holy Moly. Ich habe nur noch einmal diese fette Granate. Ich will die jetzt nicht zu sehr verständen, eigentlich. Wobei, was soll's? Achso, ich glaube nochmal für die Zuschauer. Oh nein, wo bist du? Noooon. Wow. Ren nicht weg, ey. Wo bist du hin? Für die Zuschauer. Wir spielen hier alle oder beide mit Controller. Also damit es auch fair ist. Nicht, dass der eine hier irgendwie auf einer anderen Platz raus spielt. Nein. Was? Ich wollte schon sagen, du überlebst das. Das sah irgendwie so komisch aus. Okay, Leute. Sehr schön. Wo ist der Ben? Macht er sich jetzt auf den Weg, oder was? Wird ich dir wohl eher nicht sagen, oder? Wenn du fair bist, du... Wo schießt denn meine verdammte Waffe? Ich war drauf. Ah, jetzt hockt der da oben auf seiner Base. Wo ist denn meine Sniper? Wo hab ich denn die hingeschmissen? Wäre vielleicht ganz geil, die wieder zu... Ja, ich hatte mal so. Jetzt hab ich keine mehr, aber... Wow! Das war knapp. Was haben wir da denn? Oh, jetzt noch eine Kiste. Du hast nicht mal dein eigenes Hotel richtig gelootet. Ja, meine eigenen Taktiken und Praktiken und alles, was dazugehört wird. Yo! Let's go! Als ob du einen Rift genommen hast. Ja, ich hab eins aus der Tasche. Jo! Okay, mein Mann, der macht ja direkt ernst hier. Ich hab halt so eine schwache MP. Das ist echt nicht so geil. Neun! Weiß! Zack! Okay, Leute, wir gehen direkt noch auf die Jagd nach einer neuen MP hier. Ich brauch eine bessere MP! Wo könnte noch nicht gelootet sein? Ich hab keine Ahnung. Da hinten das? Ne, das ist schon... Hast du einen Trampo platziert? Trampo? Oh, ein Trampo ist auch OP. Ne, aber ich hab so eine Granate nur genommen. Ach so, ich dachte schon... Oh, ein Golden Automat! Oh, ein Golden Automat! Eine goldene P90. Das wär's gewesen. Hey! Das ist gegen die Regeln, auf mich zu schießen. Boah, da ist ein One-Shot. Mach doch mal ganz ruhig, Mensch. Das machst du denn da. Nein! Du bist so... Oh, nein! Als ob du das überlebt hast! Nein! Zack! Weil das hilft mir alles nix, Leute. Weil meine MP, die macht viel zu wenig Schaden. Was hast du denn für eine? Eine graue? Ne, die gibt's gar nicht mehr. Gibt's die noch in grau? Ja, ich hab eine graue. Ach so. Wenn du halt irgendwie so eine blaue hast oder P90, hab ich halt gar keine Chance. Mach mal die Base mal ein bisschen kaputt, ne? Wow! Wo bist du? Du bist ja nicht runtergefallen. Alter, ist so lächerlich, dass das nicht geklappt hat. Du hast mich echt voll getroffen. Nein, ist richtig komisch. Bam! Nein! So, jetzt schauen wir mal ganz genau die Base an hier. Wo ist dein Bett? Wo ist dein Bett? Hier ist kein Bett. Es muss irgendwo hier oben sein. Wo sind denn die Betten? Hier in den Räumen. Okay, lass uns das mal genau kontrollieren. Oh, hier hast du zugebaut. Nein, bitte nicht. Also ich glaube, das Schlauste, was du machen kannst, ist jetzt auf mein Bett zu gehen, glaube ich. Ich bin schon da, ey. Hey! Geben wir zu zwei, Leute, vor allem mein Bett abbaut. Oh, ich hoffe, das ist auch hier. Aber hier steht ein Bett, glaube ich. Ja, ich glaube, ich baue Fallschab. Das ist hier links, oder? Ich kenne mich... Ja! Ich habe... Oh, das ist eine Falle, du Sau! Ey, die hat mich fast gekillt. Nein, schade. Oh, du bist so eine Sau. Diese Falle, ey. Oh. Hast du mein Bett schon? Ja, ich sage nichts. Okay, also nein. Also nein. Go, 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 Leute. Schnell, bevor ihr es abbaut, wir respawnen ja. Zack! Ich habe dein Bett. Oh. Ich habe mir da gehört, dass du die Falle platzierst. Hattest du es wirklich, oder war es ein Bluff? Was denn? Das du dein Bett hast. Also ich habe irgendein Bett abgebaut, ob das jetzt eins ist oder nicht schon. Wo stand es denn? Ja, da auf der Map in Paradise Palms. In dem Haus. Ja, es gibt zwei Betten, das ist die Sache. Achso. War das gewollt von dir, oder? Nein. Wo bist du hingeflogen, Alter? Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Nein. Hey, hör auf. Hey, hör auf. Okay. Ja. Nein. Ich bin... Bester Sieg ever. Der hat mich gebaut. Ich bin da links gesprungen. Oh, wen hast du noch? Mit Mini ungefähr 100. Also 90. Mann. Jawohl, Leute. Da habe ich gewonnen. Ich hoffe, euch hat die Episode Fortnite Badwars gefallen, Leute. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr mehr Episoden sehen wollt. Schaut bei Beats vorbei. Vielen Dank, dass du am Start warst. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschau, tschau. Tschau. Tschau.